Hallo Leute, mein Kanal ist nicht tot, ich bin nur auf Urlaub bzw. ich gehe morgen in den Urlaub, also morgen gehe ich nach Griechenland, meine Flitter machen und ja, also die Hochzeit ist vorbei, die war auch wirklich super, die war extrem cool. Und morgen geht es dann in die Flitterwochen, darum melde ich mich eigentlich noch bei euch diesbezüglich. Hochzeit war eigentlich ziemlich stressig, am 17. sind dann meine ganzen Verwandten gekommen, am 17. August und die sind teilweise bei meinen Eltern geschlafen, teilweise bei mir und teilweise schon in dem Hotel, Hotel oder wie man das nennt. Und am 18. bin ich dann um 5.55 Uhr aufgestanden, habe mich erst einmal für das Standesamt angezogen, dort dann, um 8 Uhr war ich dann dort und um 8.20 Uhr ist dann losgegangen mit dem Ganzen. Ja, da, auch wenn der Saal eigentlich schön geschmückt war in Linz, also, und das, man, also man braucht ja die Standesamtlich, damit man kippig heiraten kann, war das eigentlich in 5 Minuten abge, abgefrühstückt. Aber eigentlich war es dann, also, das war dann für mich auch nicht so wichtig. Wichtig war dann erst nachher, also, ich bin dann zu meinen Eltern gegangen, dort dann umziehen für die kirchliche Trauung. Dann ist das Kamerateam gekommen, dort haben wir dann auch ein Pass hier gedreht und die haben dann draußen gedreht, meine ungarischen Verwandten, die waren draußen im Garten, haben dort dann schon angefangen, also, gefrühstückt und dann, äh, schon angefangen, ein bisschen zu feiern. Meine Eltern waren ziemlich nervös, also, ich wurde erst nervös, so, weiß ich nicht, in der Kirche erst, ähm, ein, ich wurde mit einem BMW 7, einem weißen BMW 7er, bin ich hingefahren worden, also, wurde ich hingefahren, das war nicht schlecht, muss ich schon sagen, also, das Auto, äh, obwohl, obwohl es ein Diesel ist, hört man den nicht, also, ich habe geglaubt, Ich habe gefragt, äh, den Fahrer, ist das, ist das ein Elektro-BMW, der sagt, nein, ist Diesel, hörst gar nichts. Auf dem Weg dorthin, um 13 Uhr sind wir losgefahren, um 14 Uhr war die Trauung, um 13 Uhr sind wir losgefahren, nach Enz, das ist von Linz, circa eine halbe Stunde entfernt. Aber man hat, auf der Autobahn, wurde mir schon zugewinkt und alles, also, das Auto wurde natürlich auch schon geschmückt und so weit, war ja schon geschmückt, Und, ja, war eigentlich voll, voll toll und dann sind wir hingefahren und da haben schon, waren schon die Gäste dort vor der Tür vom Eingang und man hat eigentlich nicht gewusst, wann man reingehen soll. Und mein Vater hat die ganze Zeit den Pfarrer gesucht und irgendwie die ganze Zeit gefragt, wie schaut das aus, gehen alle vor und dann warten wir und dann kommen die gemeinsam rein. Und ihm wurde, glaube ich, 20 Mal erklärt, nein, alle gehen rein, mein Vater und ich gehen hinter ihm rein, dann warten wir und dann kommt die Braut mit ihrem Vater. Ja, und wie nur der Thorsten mal schon gesagt, ich war, ich war ja auch dann zwischen denen und dann haben wir gesagt, du musst reingehen, du darfst die Braut nicht sehen und, 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 und alle haben, sind ja gesagt, die Braut ist da, du darfst dich nicht umdrehen, du darfst dich nicht umdrehen, du darfst dich nicht umdrehen, ich hab's verstanden. Ich wollte mir ja die Überraschung auch nicht kaputt machen. Ja, 14.05 Uhr dann zur Eintritt, wir sind dann auch reingegangen, hab ich gewartet, die Musik, also die Hochzeit, der Hochzeitsmarsch dann so, ähm, die ganze Zeit gespielt im Loop und dann als dann, ich glaube, das zweite Mal geloopt wurde und dann, döde, 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 angefangen hat, dann ist sie reingekommen. Und, ja, wunderschön, ich, ich hab mich dann auch sehr gefreut, sie zu sehen und dann stand sie neben mir und ich war dann, dann, dann ging dann die Aufregung eigentlich dann los, als dann das Ganze, als die ganze Zerenomie dann losgegangen ist, ich hab dann was auf Ungarisch gesagt, also ich hab dann die Leute auf Ungarisch begrüßt und mich bedankt, dass sie hergekommen sind. Und, da hat man eigentlich schon gemerkt, äh, dass ich schon ziemlich nervös bin, natürlich ist's, klar. Das Ganze hat dann so eine Stunde, eineinhalb Stunden dauert. Und, ja, das war voll schön. Und Ringe haben wir dann ausgetauscht und, und unsere Gesetze haben wir gegenseitig aufgesagt. Welche sich dann auch in der Früh, also, in der Früh währenddessen die anderen, ja, dort getrunken, gegessen haben, bin ich herumgeschlendert und hab den, hab das auswendig versucht, äh, hab ich das auswendig gelernt. Und es versucht, im Kopf ist dann ihr gegangen und mir selbst aufsagen, dann ist es dann auch gegangen, aber, dort hab ich dann komplett dann auch den Faden verloren. Aber der Pfarrer hat mir dann geholfen und bei meiner Frau war's dann genauso, die hat auch, die hat mir dann später erzählt, weil die ist genau dasselbe gewesen. Sie hat in der Früh das gelernt, ein paar Sätzchen und dann dort komplett Blackout gewesen für sie auch. Und halt, er hat ihr dann auch geholfen, also, das war super. Ja, dann, die Ringe wurden dann gebläst und dann wurde die Ringe ausgetauscht und wir wurden gebläst und, und, und das wurde gesungen. Und es wurde halt erklärt und erzählt, warum und wie und wie. Ja, war eh schön. Aber es war voll heiß, also an dem Tag, es war zwar nicht so heiß wie vor zwei Wochen, wo es 35 Grad oder so war, aber wir waren schon auf der 30, 32 Grad Skala irgendwo dort dazwischen. Naja, dann haben wir noch Fotos gemacht draußen, also mit ganzen Fotos und dann hab ich auch mit ganzen Familien, hab ich dir gesagt, wir noch Fotos haben, wie soll es jetzt sagen, vor der Kirche. Und dann haben wir, das hat auch noch eine halbe Stunde gedauert, bis da alle Fotos fertig waren und so. Die sind dann zum Sektempfang gegangen, also die Leute, die wurden dann dort hingefahren. Das war ja auch eigentlich recht cool, wie wir jetzt solche Kirche gefahren sind, also. Eine ganze Kolonne, ganze Ungarn, Kolonne auf die Autobahn rauf, 20 Autos. Ja, war, war, war schon cool, also ich ganz vorne, mit dem BMW 7 und alle hinter uns, hinter uns nachher, es war, so nicht schlecht. Und, dann, das war dann, genau, dann sind wir Fotos machen gegangen, in Enzoom, beim Stadtpark, bei der Burg da oben. Und das Lustige war, dass dort eigentlich auch ein anderes Paar geheiratet hat und die Leute haben dort schon gewartet. Aber dann sind wir reingekommen und die haben halt dann verdutzt geschaut, hey, das ist nicht unser Brautpaar, auf das wir warten. Wir haben aber die Situation ausgenutzt, haben dort dann dort Videos gemacht und haben dort, sind dort herumgeschlendert und so weiter, haben dort Fotos gemacht. Und genau, wo wir dann fast aufgehört haben, sind die schon reingekommen mit Pferdekutsche, habe ich gedacht. Ja, du hast zwar eine Pferdekutsche, aber du schaust nicht besser aus als ich. Also ich habe ihn gesehen und ein normales Frag, weil ich hatte einen ungarischen, ungarischen Trachtern, also alle. Der Kameramann und der Fotograf, Henning, du schaust so gut aus. Henning, das schaut wirklich zehnmal besser aus als, als, als ein normales, ein normaler Anzug, natürlich immer Dankeschön. Und, ja, da habe ich mir dann gedacht, ja, du hast zwar eine Pferdekutsche, was ich mir nicht leisten konnte, weil ich habe mir die Preise nicht so gedacht, also das ist nicht wert für die fünf Minuten der Preis, weil von der Kirche, wo wir essen waren, waren es eine Minute Autofahrt. Also das war 1,5 Kilometer da mit Google Maps, glaube ich. Und, ja, das hätte sich nicht gelohnt, das ist blöd Sinn. Ja, dann haben wir noch draußen noch Fotos gemacht, vor der Stadt, vor der Burg. Und dort haben die Leute dann schon gewartet und haben uns dann begrüßt und waren eigentlich alle da und haben sich alle gefreut und sind raufgegangen. Dort habe ich dann auch noch eine kurze Einsprache gehalten, nochmal auf Deutsch, nochmal gefreut, dass ihr, danke, dass ihr da seid. Dann haben alle Essen bestellt und das Essen war auch super gut, also das haben alle gesagt, das hat super gut geschmeckt. So ein Schmaus hat es gegeben, also mit verschiedenen Fleischarten, mit Knödel und Kartoffeln und Sauerkraut, das war super, das habe ich genommen. Dann hat es Schnitzel gegeben mit Kürbiskernsoße und auch Kartoffeln, glaube ich, haben meine Eltern genommen und meine Frau hat Fisch genommen. Die hat Fisch mit ihr irgendwas, keine Ahnung. Das haben auch ziemlich viele genommen mit Fisch, obwohl mir meine Eltern gesagt haben, na, Fisch werden wenige nehmen. Das war so um 18 Uhr, so 18.30 Uhr, dann Torte. Ich glaube, dann war die Torte, Torte, Tortenanschnitt, haben wir die Torte verteilt und dann hat noch meine Frau den Strauß geworfen und dann war noch eine Ansprache, eine kleine von mir, dass halt jetzt der Tanz eröffnet ist, also wir haben getanzt, Hochzeitstanz war dann, also wo meine Frau und ich getanzt haben, einmal ihr Lied und dann einmal meins, sie hat der Milo Lovato Yes genommen und ich habe Earth Angel genommen von Zugründe Zukunft. Ich weiß nicht, wie die Band heißt, die das wirklich singt, aber ich habe es halt von dort. Das wollte ich eigentlich immer an meiner Hochzeit haben, dieses Lied, weil ich das eigentlich so schön finde. Und dann hat es noch den Vater-Mutter-Tanz, Vater-Mutter-Vater-Tochter-Tanz gegeben. Ich weiß auch nicht wirklich, welches Lied das war. Ich glaube Bon Jovi, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Und ja, dann ist es losgegangen mit dem Tanzen, alle haben mit uns getanzt und alle haben mit uns geredet und haben alle gesagt, voll schön. Es waren so circa 50 Leute, aber jeder hatte Platz, man konnte, wir saßen vorne, neben uns war die Live-Band, die ingerische Live-Band, die das wirklich super gemacht hat. Und man hatte den Blick, man musste nicht von links nach rechts schauen, sondern man hatte gleich, wie man gerade ausschaut, alle im Blick und das war eigentlich super. Also von der Größe war auch super. Einziger, einziger Wermut-Trofen, weil es echt wirklich heiß war. Und die Leute eigentlich alle, nur mit dem, also die Leute waren, sie haben zwar solche Wedler gehabt, ich weiß nicht, wie das heißt, zum Luftwedeln, aber er hat nicht viel geholfen. Es war wirklich heiß. Draußen sind die Leute natürlich auch gesessen. Und drinnen auch. Es war so dann, ja, die, die, die Rauchen waren eigentlich, waren dann draußen. Und dann sind die Rauchen gekommen und wieder rausgekommen, also ich bin dann auch rausgegangen und gesagt, hey, jetzt gibt es eine Ansprache oder jetzt ist der Hochzeitsamt. Die sind alle wieder reingegangen, brav. Und, ja, um 20, 21 Uhr, 22 Uhr war dann noch, so, haben wir dann noch so ein Gulaschkessel aufgestellt, damit man jederzeit uns Semmeln und Brot, damit jederzeit dann auch, weiß ich nicht, wenn man doch noch einen Hunger hat, sich das nehmen kann. Und um 0 Uhr hatten wir, haben wir uns dann in diese ungarische Tracht, in die zweite ungarische Tracht umgezogen. Also Tracht war es ja nicht, doch, in der zweiten Woche eigentlich schon. Es gibt so einen Brauch bei uns, dass wenn man heiratet und am nächsten Tag muss man sich eigentlich um 0 Uhr umziehen, weil man dann eigentlich nicht mal Hochzeitspreis, sondern eigentlich schon verheiratet ist und das dann so auch zelebriert. Hey, jetzt, gestern war die Hochzeit, gestern waren wir noch Hochzeitspreis, heute sind wir verheiratet. Und den ersten Tag unserer Eheher feiern wir so. Und das haben wir um 0 Uhr gemacht, haben wir uns umgezogen. Und das schaut so aus, als ob man so rot, rote Seiden, rote Seiden anhat, beziehungsweise man sieht, eine rote Tracht mit ungarischen Blumen. Kann man einfach mal googeln. Das heißt Mengetschke. Und da waren es alle hin und weg, also da haben wir gesagt, wow, voll super und wir waren auch hin und weg. Und dann hat meine Frau dann noch auf Ungarisch was gesagt und dann waren es alle wirklich, dann waren es alle total glücklich und dann haben alle mit uns getanzt. Das war dann so, dass man hat angefangen zu tanzen, das war so ein Loop. Und alle, du hast dann nach zwei, drei Minuten, haben dann immer geswitcht. Also die Mädchen haben geswitcht und die mit mir und die Jungs haben geswitcht mit meiner Frau. Und das ging wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde so. Die Musik haben ja auch gesehen, dass es wirklich voll war. Man konnte wirklich dort gut auch tanzen, man hatte auch eine gute Tanzfläche. Und ja, wirklich, es war toll. Es war wirklich Traumhochzeit, es war wirklich voll schön. Und so um drei Uhr herum, so um halb drei war ich dann schon langsam. Ich dachte, ich kann nicht, wie ich bin seit 5.50 Uhr wach. Und ja, noch dazu war ja noch mein Geburtstag auch noch, dann am 19. August. Also das war dann noch, noch dazu auch alles und da war wirklich super. Und Feedback habe ich dann bekommen am nächsten Tag. Also am ganzen nächsten, am ganzen Geburtstag habe ich durchgeschlafen. Wir haben geschlafen, angekommen, geschlafen, dann haben wir irgendwann mal so um 16 Uhr aufgewacht. Und dann haben wir bei Mäcki bestellt und haben das gegessen und wieder bei Leiter geschlafen. Und dabei wirklich auf Facebook und SMS und überall WhatsApp Glückwünsche zur Hochzeit. Und mal, es war so schön und alles Gute zum Geburtstag. Nein, wirklich toll. Ich bin wirklich auf die Fotos gespannt. Und ich bin, also auf die Professionale haben Fotografen gehabt. Und wir haben halt noch ein Kamerateam gehabt mit 5 Kameras. Und die haben das alles ausgegangen. Bin gespannt, wie der Film wird und bin gespannt, wie die Fotos werden. Ja. Ja, das war wirklich super bei uns. Ja, und dann sind die Ungarnen so am 19. und 20. herum weggefahren, halt wieder zurückgefahren. Und ja. Geschenke haben wir bekommen. Das Geld haben wir bekommen für die Flitterwochen und für das Zahlen vom Essen. Das war super. Ich habe mich echt gefreut, wirklich, dass alle gekommen sind. Das habe ich, glaube ich, auch dort 10.000 lang gesagt. Jeden Einzelnen. Danke, dass ihr gekommen seid. Weil es ist ja nicht so, dass das wirklich Katzensprung ist, Linz oder Wels oder so. Sondern Budapest, Hatvan sind ja doch 500 Kilometer entfernt von Linz. Und ja. Aber es sind eigentlich bis auf zwei Leute, die sich aber auch entschuldigt haben. Relativ früh, dass sie nicht konnten, sind alle gekommen. Und das freut mich sehr. Und ja. Wann geht es nach Griechenland? Ich möchte mir an Flitterwochen, zwei Wochen, ich möchte mir, ganz wir sind auf Kreta. Ich möchte trotzdem so eine, gibt es angeblich so eine Schiffsfahrt zu den blauen Häusern dort. Also was man in Ilios zum Beispiel bei Overwatch sieht, diese blauen Häuser, mit den blauen Dächer da. Die würden mich schon interessieren. Und da gibt es eine Schiffsfahrt, die dort auch stehen bleibt. Und da schauen wir mal, was dazu kommt. Gepackt ist alles, morgen in der Früh um 8 Uhr geht es los, führen wir nach Linz-Hörsching zum Flughafen gefahren. Und ja, 9 Uhr müssen wir dort sein, einschicken, zwei Stunden vor dem 11 Uhr irgendwas geht es los. Und so 16 Uhr, 15 Uhr sind wir dort, angeblich drei Stunden Flug, drei Stunden irgendwas. Dann noch eine Stunde mit dem Bus. Und da sind wir dort. Bin gespannt, bin auf, bin auf alles wirklich gespannt. Ich versuche irgendwie Fotos oder Videos zu machen. Keine Ahnung, wie es dort wird vom Internet oder alles. Aber ja. Und dann gibt es auch wieder neue Videos, weil dann, so ab September gibt es dann wieder neue Videos. Ich bin ja ja wieder regelmäßig, weil mit dem Restgeld, was mir dann bleibt, weil jetzt gehe ich mit dem Geld dann dort, nehme ich mit, damit man dort auch essen gehen kann und so weiter auch. Wir haben Halbpension, also Frühstück und Abendessen und Mittagessen, weil wir einfach irgendwann, das ist all inclusive, das ist Blödsinn. Weil wir sind dann eh am Strand, beziehungsweise eh in der Stadt unterwegs und dann isst man dort irgendwo bei irgendeinem Café oder irgendeinem Restaurant. Und da ist es blödsinn, alle inklusiv haben wir gesagt, als wir es gebucht haben. Darum Abendessen ist okay. Und Frühstück. Danke fürs Zuhören und danke für die Glückwünsche. Ich freue mich sehr und wir sehen uns dann im September. Oder ich mache vielleicht ein Video. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht mache ich irgendein Video oder vielleicht schneide ich nachher was zusammen. Ich weiß es nicht. Aber danke fürs Zuhören. Bis zum September. Ciao. Ja. Das ist doch nicht das Ende. Sieg. Highlight des Spiels. Hälten sterben nicht. Sterb der reißende Kraft. Ehrisch. Schön, dass meine Arbeit geschehen wird. 1. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. Vielen Dank.